Hey alle, willkommen zurück auf dem Kanal, wo wir über alle Dinge diskutieren, Renten, Leistungen und finanzielle Unterstützung für Senioren und Rentner. Heute habe ich eine aufregende Nachricht für euch. Erst kürzlich hat die Bundesregierung eine zusätzliche Weihnachtsprämie von 500 Euro für Rentner der Stern gesetzlichen Rentenversicherung Stern, das ist die gesetzliche Rentenversicherung hier in Deutschland. Das ist eine große Neuigkeit und wird für viele Menschen einen großen Unterschied machen, wenn die Feiertage näher rücken. Also, in diesem Video werde ich alles aufschlüsseln, was du über diesen Bonus wissen musst. Wir besprechen, wer sich qualifiziert, wie man diese 500 Euro in die Hände bekommt und welche wichtigen Termine dabei sind. Ob Sie ein Rentner sind oder jemanden kennen, der es ist, werden Sie auf jeden Fall bleiben wollen, um alle Details zu hören. Bevor wir anfangen, wenn du neu auf dem Kanal bist, willkommen! Wenn Sie an weiteren Tipps und Updates zu Renten, finanzieller Unterstützung und Ressourcen für Senioren interessiert sind, klicken Sie auf den Abonnieren-Button und tippen Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie keine zukünftigen Videos verpassen. Okay, kommen wir zur großen Ankündigung. Die deutsche Regierung hat es erst kürzlich offiziell bekannt gegeben, Rentner der Stern-Gesetzlichen Rentenversicherung Stern erhalten zusätzlich 500 Euro als besondere Weihnachtsprämie. Diese Nachricht wurde von Einfügen der zuständigen Regierungsbehörde oder Stelle, wie dem Ministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht und ist Teil eines Bemühens, den Rentnern während der Ferienzeit zusätzliche finanzielle Hilfe zu bieten. Dieser Bonus kommt als Reaktion auf steigende Lebenshaltungskosten und Inflation, die viele Menschen hart getroffen haben, vor allem diejenigen mit festen Einkommen wie Rentner. Die Regierung hat erkannt, dass viele Rentner unter großem finanziellen Druck stehen. Dies ist eine Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung zu leisten, um die zusätzlichen Kosten während der Feiertage zu decken. Das ist nicht Teil der regulären Rentenzahlung, sondern ein zusätzlicher Bonus speziell für Weihnachten 2024. Das Tolle daran ist, dass es für viele Rentner gilt, aber es gibt einige Zulassungskriterien, auf die wir als nächstes eingehen werden. Wenn Sie also eine Rente über die Stern-Gesetzliche Rentenversicherung Stern beziehen, könnte diese Nachricht für Sie ein Spielball sein. Lassen Sie uns darüber sprechen, wer für diesen Bonus qualifiziert ist und wie Sie überprüfen können, ob Sie berechtigt sind. Jetzt reden wir darüber, wer sich für diesen 500 Euro Weihnachtsbonus qualifiziert. Wie bei den meisten staatlichen Initiativen gibt es einige Kriterien, die erfüllt sein müssen, um förderfähig zu sein. Erstens ist diese Prämie nur für Rentner, die der Stern-Gesetzlichen Rentenversicherung Stern dem Gesetzlichen Rentenversicherungssystem in Deutschland angehören. Wenn Sie also Ihre Rente aus einem anderen privaten oder ausländischen System beziehen, gilt dieser Bonus leider nicht für Sie. Nun, hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Anspruchsvoraussetzungen. Erstens müssen Sie eine Rente ab Dezember 2024 erhalten. Wenn Sie derzeit Rentenleistungen erhalten, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg. Zweitens ist das Alter nicht unbedingt ein Faktor. Solange Sie Ihre Rente von der Stern-Gesetzlichen Rentenversicherung Stern beziehen, wird Ihr Alter Sie nicht von diesem Bonus ausschließen. Schließlich ist für die meisten Rentner keine zusätzliche Anmeldung erforderlich. Der Bonus wird automatisch zu Ihrer Dezember-Rentenzahlung hinzugefügt, wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bestimmte Ausnahmen gelten können. Wenn Sie beispielsweise im Ausland leben und Ihre Rente aus Deutschland beziehen oder andere Formen der öffentlichen Unterstützung erhalten, könnte Ihre Berechtigung beeinträchtigt sein. In diesen Fällen ist es immer eine gute Idee, sich bei der örtlichen Rentenkasse oder auf den offiziellen Webseiten der Regierung zu erkundigen. Also, wenn Sie diese grundlegenden Kriterien erfüllen, herzlichen Glückwunsch! Sie werden in dieser Ferienzeit höchstwahrscheinlich zusätzliche 500 Euro in Ihrer Rente sehen. Aber wenn Sie sich nicht sicher sind, machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt eine Möglichkeit, Deinen Berechtigungsstatus zu überprüfen und ich werde das als nächstes erklären. Nun, da Du weißt, ob Du dazu berechtigt bist, lass uns zur nächsten wichtigen Frage übergehen. Wie bekommst Du den 500 Euro Weihnachtsbonus? Die gute Nachricht ist, dass dieser Prozess für die meisten Rentner unglaublich einfach ist. Wenn Sie bereits eine Rente über die Stern gesetzliche Rentenversicherung Stern beziehen, brauchen Sie sich überhaupt nicht, um den Bonus zu bewerben. Sie wird automatisch zu Ihrer Rentenzahlung im Dezember 2024 hinzugefügt. Wenn Du also Deine übliche Zahlung im Dezember erwartest, behalte einfach Deinen Kontostand im Auge. Die zusätzlichen 500 Euro werden eingerechnet. Für diejenigen unter Euch, die vielleicht besondere Umstände haben, wie zum Beispiel im Ausland leben oder zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten, könnten ein paar zusätzliche Schritte erforderlich sein. Sie müssen sich bei Ihrer örtlichen Rentenkasse erkundigen oder die offizielle Website der Stern-Deutsche Rentenversicherung Stern besuchen, um zu erfahren, ob Sie Unterlagen vorlegen müssen. Achten Sie darauf, dass Sie in den nächsten Wochen alle Mitteilungen der Rentenbehörden im Auge behalten. Wenn Sie etwas von Dir verlangen, wie eine aktualisierte Adresse oder Bankdaten, werden Sie Dich wahrscheinlich direkt benachrichtigen. Für die große Mehrheit der Rentner wird dieser Prozess jedoch nahtlos sein. Ihr Bonus kommt automatisch mit der Rentenauszahlung im Dezember an, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Und denken Sie daran, dass Sie bei Fragen oder Bedenken jederzeit die Stern-Deutsche Rentenversicherung Stern über Ihre Website oder den Kundenservice kontaktieren können. Es ist immer besser, zu fragen, wenn man sich über etwas unsicher ist. Jetzt, da Sie wissen, wie Sie die Prämie erhalten können, lassen Sie uns besprechen, was dies für Ihre gesamte Rentensituation bedeuten könnte. Es ist wichtig zu verstehen, ob der Erhalt dieser 500 Euro Weihnachtsprämie Auswirkungen auf Ihre anderen Leistungen oder zukünftige Rentenzahlungen haben wird. Zunächst ist es wichtig zu klären, dass dieser Bonus als einmalige Zahlung speziell für die Weihnachtszeit konzipiert ist. Es sollte nicht die reguläre Rentenhöhe beeinflussen. Wenn Sie also Ihre übliche monatliche Rente erhalten, bleibt diese unverändert und dieser Bonus wird einfach ein zusätzlicher Betrag im Dezember sein. Es gibt jedoch ein paar Dinge zu beachten. Wenn Sie beispielsweise Leistungen erhalten, die von den Verhältnissen abhängig sind, wie Wohngeld oder Sozialhilfe, könnte sich der Bonus auf Ihre Berechtigung für diese Programme auswirken. In solchen Fällen ist es ratsam, sich mit einem Finanzberater oder den zuständigen Behörden zu beraten, um zu verstehen, wie dieser Bonus Ihre finanzielle Gesamtsituation beeinflussen könnte. Und vergiss nicht, die Steuern zu berücksichtigen. Der 500 Euro Bonus selbst ist zwar eine Form finanzieller Entlastung, aber es ist immer gut zu prüfen, ob er steuerpflichtig ist und wie sich dies auf Ihre steuerliche Situation für das Jahr auswirken könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Bonus zwar eine großartige Möglichkeit ist, die Rentner während der Ferien zu unterstützen, aber dass Sie über seine möglichen Auswirkungen informiert sind und Ihnen helfen können, Ihre Finanzen besser zu verwalten. Wenn Sie besondere Bedenken haben, kann ein Finanzberater Ihnen Klarheit verschaffen, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, geben Sie bitte ein Daumen nach oben und teilen Sie es mit jedem, der von diesen Informationen profitieren könnte. Und vergessen Sie nicht, Ihre Gedanken und Fragen in den Kommentaren unten zu hinterlassen. Ich liebe es, von Ihnen zu hören und mich an diesen wichtigen Gesprächen zu beteiligen. Danke fürs Zuschauen! Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, was Renten- und finanzielle Unterstützung für Senioren betrifft, dann sollten Sie sich anmelden und die Benachrichtigungsglocke drücken. Ich sehe Dich im nächsten Video und bis dahin, pass auf! Ich sehe Dich im nächsten Video und bis dahin, pass auf!